Das ist die Schlacht am Buffet hier. Hä? Das ist die Schlacht am Buffet. Und die Kleine war auf der Suche. Nach der Welt. Das ist der Finger von der Stefanie und nicht von... Knappe, du brauchst alles einmal. Auch jetzt geht es erst los mit den Filmen. Die haben doch alle Kohlab. Die Kleine hier entdeckt die Welt. Tja. Guck dir das mal an hier. Kämpfe. Ja, jetzt wird der eingenordet. Ja, jetzt wird der eingenordet. Ha. Ha. Ja, jetzt wird der eingenordet. Ha. Und der will da mitmischen. Und der will da mitmischen. Die gehen wieder zurück ins Körbchen. Da pfäst einer hinterher. Und da, jetzt wird der gekrabbelt. Und der knabbert hier einfach mal alles an, was nicht näht und nagelfest ist. Selbst Spielzeug wird weggeschleppt. Und die muss ich ja alles angucken. Und die muss ich ja alles angucken. Körbchen. Körbchen